Ja, das geht so. Es soll nicht wehtun. Es soll einfach nur für uns... Okay, gut. Warte mal, ich halte das auf der anderen Seite. Also die Piloten sind von mir? Ja. Haben die alle? Ja. Eins, zwei, drei. Jawoll. So, jetzt bist du schon bei uns auf der Trage. Ich lege das mal über die Beine. Wenn dir das zu warm wird, dann musst du sagen, alles klar. Wichtig bei solchen Brandverletzungen, der Patient muss gewärmen.